Ihr habt das Blatt falsch rum. Ey du Döde, du hättest das Blatt falsch rum. Nochmal alles von vorne abschmieren. Der Moderator heute Benjamin Tepperis. Doch, ist das nicht absurd. Ähm, hallo ich bin der Moderator Benjamin Tepperis. Wir begrüßen Sie von allen schönen Sonntag. Was labere ich da? Ich meinte Freitag. Ähm, wir haben heute, das sind die Behinderten News. So, da kommen so paar Behinderte zu Gast. Und heute zu Gast ist... ...Muhamed Mouyai. Herzlich Willkommen. Hallo meine lieben Leute. Ich habe 10 neue Sprachen für euch. Die sind... ...ein bisschen... ...geistig gestört. Aber, egal wie ganz einfach. Ihr... Hört. Hier ist das Mikrofon. Also, ich wollte anfangen. Das ist so ähnlich wie Englisch. Ein bisschen behinder. Sozusagen. Ich fang jetzt mal an. Oh mein Gott sei! Nackensprachen. Jetzt kommt das Zweite. Ähnlich wie Französisch. Ja, die Zweite. Geistig gestörte Sprache. Ich fange jetzt mit dem Dritten an. Ähnlich wie Chinesisch, aber ein bisschen Behinderte. Ich glaube, das reicht jetzt. Ähm, ja, das war der Behinderte. Sprachen. Und wir kommen jetzt zu den Wetterberichten. Also, das glaube ich jetzt nicht. Äh, ich wollte es dir zu Ende bringen jetzt. Verpiss dich. Halt deine Fresse. So, das sind die Wetterberichten. Morgens war das ein bisschen GSW. Dann kommt Mathe. Und dann nachmittags Deutsch und Englisch. Und dann Abend, WVWN und dann Sport. Dienstag haben wir morgens leider ein paar Minusgrad englische Mathe. Aber dann kommt es wieder mit. Sport und Biologie. Und dann zum Abend wird es wieder kalt. Deutsch und Wirtschaft. Mittwoch. Mittwoch. Haben wir morgens Mathe bis zur Firma. Da haben wir vier Stunden Firma. Das geht nicht. Da ist so ein paar Minusgräte. Und ähm, warum sage ich Gräte? Ich bin nicht beim Fisch. Okay. Donnerstag. Noch einmal GSW morgens. Dann kommt Biologie. Mathe. Minusgrad. Dann wird es wieder Plus. Deutsch und Englisch. Und abends wird es Physik, Chemie, Chemie. Deutsch. Am Freitag. Morgens. Mittags ist Mathe und WUN. Dann Englisch und GSW. Und am Abend wieder Physik, Chemie. So, das war der Wetterbericht. Ähm, ich wollte jetzt noch Abdul Mouya noch einmal geben. Er steht jetzt hier. Hallo, hier ist der Abdul Mouya. Äh!